Wir gehen jetzt zum Open Mic Blog über. Vielleicht für alle, die das noch nicht wissen, was eigentlich der Open Mic Blog ist. Open Mic ist eine Plattform für euch und ist einfach eine Plattform zur freien Meinungsäußerung. Also wir bitten euch, die Grundsätze, die wir hier ausstellen, bezüglich Moral, Ethik und Fairness einzuhalten. Wir als Organisatoren dieser öffentlichen Veranstaltung übernehmen keine Verantwortung für die Inhalte, die hier vorgebracht werden in diesem Open Mic Blog. Sollte es zu Äußerungen kommen, die gegen den guten Geschmack, Anstand, Respekt oder Würde verstoßen, dann werden wir darauf in angemessener Form reagieren. Wir halten allerdings, das muss ich ganz klar sagen, das Recht auf freie Meinungsäußerung sehr hoch und bitten euch, es mit Bedacht zu nutzen und nicht auszunutzen. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal.